Der Narr liest die drei Musketiere von Alexandre Dumas Kapitel 51 in Frankreich Die erste Besorgnis, die Karl I., König von England, bei der Todesnachricht des Herzogs fühlte, war, dass die Rochelle auf diese schreckenvolle Kunde den Mut verlieren könnten. Wie nun Richelieu in seinen Memoiren bezeigt, suchte ihnen der König, diesen Tod so lange wie möglich zu verheimlichen, ließ die Häfen im ganzen Königreich sperren und alle Sorge tragen, dass kein Schiff auslaufen könnte, bis das von Buckingham ausgerüstete Heer abgesegelt wäre, wobei er es auf sich nahm, die Abfahrt an Buckinghams Stelle zu leiten. Übrigens hatte sich im Lager von La Rochelle in der Zwischenzeit nichts Neues ergeben. Der König, der sich im Lager vielleicht noch mehr langweilte als anderswo, beschloss das Fest des heiligen Ludwig in Cognito in Saint-Germain mitzufeiern und ging den Kardinal an, dass er für ihn eine Eskorte von zwanzig Musketieren bereithalte. Der Kardinal besorgte mit Vergnügen, was sein königlicher Gebieter verlangte, der ihm versprach, bis zum 15. September wieder zurückzukehren. Herr von Trevis traf, von seiner Eminenz benachrichtigt, sogleich Anstalten zur Reise und da er, ohne die Ursache zu erfahren, den lebhaften Wunsch und sogar das dringende Bedürfnis seiner Freunde nach Paris zurückzukehren kannte, so nahm er sie in die Eskorte auf. Die vier jungen Männer erfuhren die Neuigkeit eine Viertelstunde nach Herrn von Trevis, da er sie ihnen zuerst bekannt machte. Jetzt wußte D'Artagnan die Gunst zu schätzen, die ihm der Kardinal durch die Aufnahme unter die Musketiere erwiesen hatte. Widrigenfalls hätte er, während seine drei Freunde abreisten, im Lager zurückbleiben müssen. Man wird es weiter unten sehen, dass dieser Wunsch, wieder nach Paris zu kommen, seinen Grund in der Furcht vor der Gefahr hatte, der Madame Bonacieux ausgesetzt sein mußte, träfe sie im Kloster zu betünen mit My Lady, ihrer Todfeindin, zusammen. Auch Aramis hatte, wie schon gesagt, unmittelbar an Marie Méchant, die Näherin in Tour, geschrieben, die sich so schöner Bekanntschaften erfreute, auf daß sie von der Königin für Madame Bonacieux die Erlaubnis erbitten möge, das Kloster verlassen und sich nach Lothringen oder Belgien zurückziehen zu dürfen. Die Antwort blieb nicht lange aus. Nach acht bis zehn Tagen erhielt Aramis schon dieses Schreiben. »Mein lieber Vetter, hiermit bekommt ihr die Erlaubnis, unsere kleine Dienerin aus dem Kloster in Betuen wegnehmen zu dürfen, da ihr, eurer Vermutung nach, die Luft daselbst nicht behakt. Meine Schwester sendet euch diese Erlaubnis mit großen Freuden, denn sie ist dem kleinen Wesen recht liebreich zugetan und behält sich vor, ihm künftig nützlich zu sein. Ich umarme euch, Maria Méchant.« Diesem Schreiben war eine Vollmacht beigefügt, folgenden Inhalts. »Die Vorsteherin des Klosters in Betuen wird den Händen der Person, die ihr dieses Briefchen überbringt, die Novize übergeben, die auf meine Empfehlung und unter meinem Schutz in ihr Kloster eingetreten ist. Im Louvre am 10. August 1628. Anna. Es lässt sich erachten, dass diese Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Aramis und einer Näherin, welche die Königin ihre Schwester nannte, unsere Freunde belustigte. Da aber Aramis bei den Derbenspäßen von Portus bis ins Weiß der Augen errötete, so bat er seine Freunde, sie möchten diesen Gegenstand nicht wieder berühren, und erklärte auch, sollte man ihm hierüber nur noch ein Wort sagen, so würde er seine Base niemals wieder benutzen, in solchen Angelegenheiten Vermittlerin zu sein. Der Kardinal begleitete seine Majestät von Suger bis Morp, und hier trennten sich der König und sein Minister unter großen Freundschaftsbezeugungen. In der Nacht vom 23. zog die Eskorte in Paris ein. Der König dankte Herrn von Trevis und erteilte ihm die Vollmacht, auf vier Tage unter der Bedingung Urlaub auszugeben, dass sich keiner voll den Begünstigten bei Strafe der Bastille an einem öffentlichen Platz sehen lasse. Wie es sich erachten lässt, so hatten die vier ersten Urlaube, die erteilt wurden, unsere vier Freunde erhalten. Athos erhielt sogar sechs Tage statt vier und fügte diesen sechs Tagen noch zwei Nächte bei, da sie am 24. abends um fünf Uhr abreisten und der Urlaub durch Herrn von Trevis vom 25. morgens ausgestellt wurde. »Ach, mein Gott!« sagte D'Artagnan, der, wie wir wissen, nie an einer Sache verzweifelte. »Wir zerbrechen uns die Köpfe über etwas ganz Einfaches. Wir reiten ein paar Pferde zu Tode. Was ist daran gelegen? Ich habe Geld. In zwei Tagen bin ich in Betün, übergebe der Vorsteherin den Brief der Königin und führe den kostbaren, heiß ersehnten Schatz nicht nach Lothringen oder Belgien, sondern nach Paris, wo er in besserer Sicherheit ist, zumal so lange, als der Herr Kardinal vor La Rochelle gelagert ist. Wenn wir einmal aus dem Felde zurückgekehrt sind, bekommen wir von der Königin, teils durch die Protektion ihrer Base, teils für unsere geleisteten Dienste, alles, was wir nur wollen. Bleibt also hier und müht euch nicht ab unter fruchtlosen Anstrengungen. Denn ich und Planché sind für eine solch einfache Expedition hinreichend genug. Am 25. Abends, wo sie in Arras eintrafen und D'Artagnan, um ein Glas Wein zu trinken, vor dem Gasthaus zur goldenen Ecke abstieg, kam ein Reiter vom Hofe des Posthauses hervor, wo er die Pferde gewechselt hatte und sprengte in aller Eile auf der Straße nach Paris fort. In diesem Moment, wo er durch das Haustor auf die Straße ritt, schlug der Wind seinen Mantel auseinander, in den er sich gewickelt hatte. Ob schon es August war und hob auch schon seinen Hut, den jedoch der Reisende noch schnell genug anfasste und wieder in die Stirn drückte. D'Artagnan fasste diesen Mann ins Auge, wurde blass und ließ sein Glas fallen. »Was ist denn, gnädiger Herr?« fragte Planché. »Holla, meine Herren herbei, mein Gebiet ist unwohl!« Die drei Freunde stürzten herbei, sahen aber, dass D'Artagnan, statt sich unwohl zu befinden, nach seinem Pferd eilte. Sie hielten ihn an der Türschwelle auf. »Zum Teufel!« rief Arthos. »Wohin willst du denn?« »Er ist's!« rief D'Artagnan blass vor Ingrim und die Stirn mit Schweiß bedeckt. »Er ist's! Lasst mich ihn einholen! Zu Pferde, meine Herren, zu Pferde! Wir wollen ihn verfolgen und werden ihn wohl erreichen!« »Mein Lieber!« versetzte Aramis. Bedenkt aber, er ritt auf der entgegengesetzten Straße, die wir einschlagen müssen, er reitet ein frisches Pferd, während die Unsrigen ermattet sind, so dass wir sie ohne Hoffnung, ihn einzuholen, zu Tode reiten müssten. »He, mein Herr!« rief ein Stalljunge, der dem Unbekannten nacheilte. »He, mein Herr! Da ist ein Papier, das aus Ihrem Hut fiel! He, mein Herr!« »Mein Freund!« rief ihm D'Artagnan zu. »Da hast du für dein Papier eine halbe Pistole!« »Mein Träu! Mit der größten Freude! Hier ist's!« Der Stalljunge war über den guten Taglohn entzückt und kehrte in den Hofraum zurück. D'Artagnan entfaltete das Papier. »Nun?« fragten seine Freunde voll Neugier. »Nichts als ein einziges Wort!« versetzte D'Artagnan. »Ja?« sagte Aramis. »Doch! Dieses Wort ist der Name einer Stadt!« »Amentier!« las Portos. »Amentier, das kenne ich nicht!« »Und dieser Name der Stadt ist von ihrer Hand geschrieben!« sagte Athos. »Nun, lasst uns das Papier sorgsam aufbewahren!« versetzte D'Artagnan. »Vielleicht ist meine halbe Pistole nicht hinausgeworfen.« »Zu Pferde, meine Freunde, zu Pferde!« Die vier Freunde sprengten im Galopp von hinnen auf der Straße nach Betün. »Nun, lasst uns das die bis zum nächsten Mal!« Begüрист, die bis zum nächsten Mal!